Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brick Force und ich begebe mich gleich in einen Traum. Die Map nennt sich Land, die gucken wir uns gleich mal an, die ist für mich neu und... Okay. Warten, gehen wir in die gegnerische Mannschaft rüber. Okay, die verlassen alle, müssen uns eine neue Map suchen, Teamkampf. Aktualisieren, hier links oben und dann gucken wir uns mal an. Ich muss natürlich jetzt die, das wäre auch eine Möglichkeit, probieren wir das hier wieder, unsere schöne Map hier. Ich muss natürlich die Pistolen raufleveln, deswegen nehme ich jetzt die Pistole. Fünf Leveln gibt es, ich bin noch bei der ersten und deswegen werden wir jetzt ein bisschen öfter gekillt hier. Aber ich brauche ein paar Kills, damit ich die höher leveln kann. Damit die auch besser wird. Ich werde natürlich hier öfter sterben jetzt, aber ist mir egal. Ich muss hochleveln. Da ist schon der erste. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Wir haben hier natürlich nicht so viel Modition. Dann gehen wir hier rauf. Halten ihnen den Rücken frei. Hinten gucken. Hier durch, da wird geschossen als, ach, das ist der Teamkollege. Da ist einer gewesen, den holen wir uns vielleicht gleich. Da rein ist er. So, den ersten Kill haben wir. Hinten gucken. Hier durch, da wird schon... Ah, ich habe keine Modition mehr. Jetzt muss ich wieder umschwenken auf diese Hauptwaffe. No, 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 no. So, der ist down. Etwas Heilung wieder. Mit den Heildrängen. Heute habe ich sie mir zugelegt. So, dann gehen wir wieder durch. Ach, das ist der Kollege. Er schreckt mich hier immer. Kack, zack, zack. No, komm her. Gehen wir hier runter. Gehen wir hier runter. Gehen wir hier runter. Hinter uns, wir geschossen. Au. So, jetzt können wir unsere zweite Waffe wieder benutzen. Die wir ja hochleveln wollen. Gehen hier rüber. Und dann hier runter. Und dann hier runter. Hier wird bestimmt schon jemand warten auf mich hier. mit der Pistole habe ich noch nicht so viel Schüsse wie mit der... Da wird auch geschossen. Einen Kill haben wir. Und so holen wir uns die nächsten zwei Kills bisher. Dritter Kill. Oder... Erlebt noch. Was wäre es jetzt gewesen noch? Den dritten Kill hier. Bevor wir sterben. Auch Bomben. Das sind sie eben. Und... Sind schon voll im Angriff hier. Schleichen uns mal mit dem Kollegen von hinten an. Aber... Er wurde schon bemerkt hier. Da ist natürlich jetzt noch schwieriger. Mit der Pistole als mit der Hauptwaffe zu kämpfen. Weil wir öfter nachladen müssen. So. Hm. Wir werden hier öfter sterben. Aber... Jetzt hat er uns den Schuss abgenommen. Und hier. Komm her. Jawohl. Und dann nix. Jetzt haben wir fünf Kills. Im roten Team sind wir. Müssen... Als erster 80 erreichen. 80 Kills. 74 haben. Oh. Da kommen sie in Massen heraus. Aber das Match gewonnen. Und gucken mal. 162 Force-Punkte bewerten mit 10. Jetzt gucken wir uns an. Ob wir... Profil... Pistolen... Ja. Brauchen wir noch ein Stück bis Level 2. Haben wir erst 77%. Aber die holen wir uns auch noch. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Mit der Pistole. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Euer Robin vom Xtreme-RTV1-Kanal. Bis demnächst. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Bye, bye.